Hi Leute und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Heute macht meine Mutter mal Hobbyhorsing. Ich möchte das mit meinem Papa auch nochmal machen, aber mal schauen, ob der das überhaupt so mitmacht. Sag mal Hallo. Hallo. Meine Mutter hat sogar schon mal mit mir Schleich gespielt, extra für ein Video. Das Video verlinke ich euch mal unten in der Infobox, damit ihr das nicht verpasst. Das haben so viele geguckt und fanden so viele lustig. Ja, sie wird heute Snow reiten. Und damit fangen wir jetzt erst einmal an. Und zwar, Mama, ist deine erste Aufgabe, das Halfter von Snow zu holen. Genau. Und dann tust du es jetzt ihm erst einmal anziehen. Okay. Fangen wir mal an. Hat meine Mama noch Schleichkenntnisse oder... Halfter anzieht Kenntnisse oder hat sie keine? Das ist die große Frage. Und dann tust du es jetzt mal mit der Bürste an, hier zu putzen. Andere Seite. Genau. Aber ein bisschen weiter nach da, so ein bisschen weiter zur Tür. Genau, genau. Ja, so ein bisschen. Genau, ja. Und dann halt... Genau, aber den Körper musst du dann halt mit der anderen Seite dann machen wieder. Andere Seite. Guck mal an... Am Hals auf der anderen Seite. Hals auf der anderen Seite. Genau. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Das auch noch. Nein. Bitte, Mama. Das machst du für mich. Doch, bitte. Bitte. Boah, ich helfe dir sogar richtig. Genau. Sister. Sister, haben wir noch hinbekommen. Jetzt erst mal ein bisschen weiter unten halten. Nicht genau an den Haaren, sonst werden die genau... Hier mit den Zügeln auch noch dran halten. Genau so. Ja, erst mal Schritt, erst mal Schritt, erst mal Schritt. Okay. Ja, erst mal Schritt, so hin und her. Genau. Ja, erst mal Schritt, ohne Sprung, ohne Sprung. Wieso reitest du nicht mehr? Ich bin so hoch. Oh. Oh. Mach es noch hoch. Du nimmst mal Springer. Noch mal abwenden. Abwenden hinter der Leiter. Hinter der Leiter abwenden und galopp, galopp. Komm. Galopp, ja. Ich glaube... Mein Bauch. Meine Mutter wollte ausreiten gehen, weil ich fand, dass da weniger Leute sind. Galopp, komm mal mal, galopp. Ja, genau. Galopp, galopp. Weiter galoppieren. Aufsetzen, Aho. Was machst du denn? Das ist mir. Guck mal, ich teig dir noch mal, wie es geht. Okay, okay, noch eine bitte, okay? Von da oben runter galoppieren und drüber am Schluss nochmal. Also ganz oben anfangen. Ganz hoch. Und galopp aber. Galopp. Komm einfach mit und wir gehen wieder zurück nach Hause zur Eingangstür. Von hier? Ja. Doch, bitte. Du reitest aber. Doch, bitte. Wow. Das ist so schwer. Ja, siehst du? Jetzt. Galopp, galopp. Galopp, galopp. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Super nochmal bestanden.